Mit wem kann man verhandeln und mit wem nicht? Was sind die Voraussetzungen für Verhandlungen, für Negotiations? Mit welchen Menschen kannst du verhandeln und mit welchen Menschen kannst du nicht verhandeln? Das sollte man relativ schnell durchschauen können, um nicht unnötigerweise Verhandlungen einzugehen, die eigentlich ins Leere führen oder ins Sinnlose führen oder in das Einseitige führen, was ja dann oft der Fall sein kann. Und dafür so ein paar Gedanken, was ist wichtig bei einer Verhandlung? Ich möchte das jetzt nicht Mediation nennen, sondern typischerweise nur Verhandlung. Als erstes Konflikte unter Menschen und nicht nur unter Menschen, sondern überhaupt im Dasein jeglicher Spezies und Konflikte auch der Steine und der Landschaften und Konflikte der Wettersituation sind natürlich. Das ist der erste Satz. Also das Erste, über das man sich im Klaren sein muss. Konflikte sind natürlich und zeigen einfach das lebendiges Leben, dass sich veränderndes Leben, wandelndes Leben etwas Konflikthaftes ist. Immer wieder. Es muss konflikthaft sein, sonst hätte es keine Bewegung, sonst hätte es, wie gesagt, nicht diesen Wandel. Konflikte sind natürlich, weil unterschiedliche Interessen bestehen. Jedes Ding, jedes Sein, jede Entität hat ein unterschiedliches Interesse, hat ein unterschiedliches Dasein. Und die Natur dieses Daseins ist einfach, dass es unterschiedliche Interessen haben muss. Weil jeder die Welt in seiner Perspektive erfährt. Das ist nicht nur ein philosophisches Konstrukt oder eine Auseinandersetzung, sondern eine Tatsache. Jedes Ding, jedes Sein, jedes Wesen, jeder Affe, jeder Mensch, jeder die Welt in seiner Perspektive erfährt. Und dadurch ist die Konflikthaftigkeit vorhanden. Natürlich haben wir immer die Alternativen. Wir können unsere eigenen Interessen oder die Dinge können ihre eigenen Interessen durch Gewalt durchsetzen, also durch Expansion, durch Machtergreifung, durch Abschottung, also Isolation oder eben durch Verhandlung. Und das Interessante in der Menschheitsentwicklung ist dann doch relativ schnell gewesen, dass auch immer wieder Verhandlungen entstanden. Bei aller Gewaltanwendung, bei aller Isolations- oder Abschottungstendenz. Diese drei Möglichkeiten haben wir ja immer wieder. Und das kann oft bedeuten, dass temporär zunächst mal eine Gewalt einsetzt, dann vielleicht eine Abschottung oder umgekehrt und irgendwann mal eine Verhandlung. Also zwischendurch irgendwann die Verhandlungsbereitschaft. Das ist auch interessant. Verhandeln heißt, jeder erhält vom anderen etwas. Ich betone, jeder der Beteiligten erhält vom jeweils anderen, also von den Beteiligten, etwas. Ich erhalte etwas von meinem Nachbarn. Ich erhalte etwas von meiner Frau und so weiter. Und jeder gibt etwas her auf der anderen Seite. Also verhandeln bedeutet tatsächlich wie buchstäblich, das ist so schön an der Sprache, verhandeln. Ich handel, handel etwas mit den Händen. Ich gebe dir was, du gibst mir was. Wir geben uns die Hände. Wir tun etwas gemeinsam. Wir sind herausgefordert, immer wieder etwas gemeinsam zu tun. Etwas gemeinsam, im gemeinsamen, ich betone, gemeinsamen Interesse entstehen zu lassen. Das heißt, der berühmte Kompromiss, die Kompromisshaftigkeit. Und unser Leben, unser natürliches Leben ist dadurch kompromisshaft. Diese Kompromissfähigkeit über das eigene, über die eigene Egozentrik, den Egoismus hinaus zu gehen. Das eigene, das ureigenste Interesse hinaus zu gehen, in die Fähigkeit, da etwas abzugeben und etwas aufzunehmen und uns damit zu verbinden, mit wem auch immer. Also mit den Verhandlungspartnern. Das ist natürlich die Voraussetzung für eine gelingende Verhandlung. Und natürlich sind wir uns darüber im Klaren, dass Kompromisse immer wieder auch errungen werden müssen. Errungen. Das heißt, ich versuche, meine Interessen durchzusetzen. Nicht durchzusetzen, ist natürlich falsch durchzusetzen, sondern ich versuche, sie sehr stark zu sein. Ich möchte davon etwas ganz Bestimmtes haben, weil ich ein eigenes Interesse daran habe. Deswegen das Erringen. Und deswegen der starke Diskurs. Und der eigentliche Kern, die Verhandlung, die dann stattfindet. Die Verhandlungen. Das ist das Verhandeln. Sein Kern ist der persönliche Einsatz für das eigene, das vertreten wird. Aber eben auch die Bereitschaft, den anderen das andere anzuerkennen und es zu füttern, ihm etwas zu geben. Zu wissen, dass wenn ich meinen Nachbarn verhungern lasse, und ich habe hier ein Grundstück voller Apfelbäume, so als profanes Beispiel, dass das einfach nicht geht. Also schlichtweg, weil der dann verhungern würde, der würde sich gar nicht wehren dagegen, der würde mich nicht überfallen, mir die Äpfel abnehmen, sondern er würde sterben. Und ich hätte Mitgefühl, wenn er stirbt, ich sehe ihn dann, wie er da verrottet auf seinem Grundstück. Und dann ist mein Nachbar gestorben. Und das, wenn ich mich damit beschäftige, einigermaßen bewusst beschäftige, und das hat Menschheit schon sehr, sehr früh gekonnt, dann merke ich einfach, oh Gott, der Nachbar ist ja ähnlich wie ich, weil ich erkenne immer das Ähnliche, also mein eigenes in der Außenwelt, in der Nachbarschaft, im anderen Menschen. Und das macht unsere Gewissenhaftigkeit auch aus, ganz stark. Unser Mitgefühl, unser Einfühlungsvermögen und all dessen, dann tun wir das eben nicht. Und deswegen sind wir zum Beispiel immer wieder bereit zu verhandeln. Also etwas von uns zu geben oder von dem anderen zu nehmen. Um ihm dann dadurch etwas zu überlassen, das ein eigenes Interesse ist. Um dem anderen Menschen, dem Konfliktpartner etwas zu überlassen, das ein eigenes Interesse ist. Das ist das Interessante. Und der eigentliche Kern des Verhandelns. Von mir etwas überlassen, das ein eigenes Interesse hat, das bekommt der andere. Also von mir wirklich etwas hergeben und von dem anderen etwas annehmen. Also sich darüber im Klaren zu sein, ist so interessant. Ich nehme etwas Fremdes und ich gebe etwas Eigenes. Das bedeutet, eine Strategie der Verhandlungen ist ab einem gewissen Punkt obsolet. Das heißt, wenn Menschen nur mit strategischen Überlegungen, also mit planvollen, zielgerichteten Überlegungen in eine Verhandlung hineingehen und es so durchsetzen wollen, dann brauchen sie eigentlich nicht zu verhandeln. Das heißt, ich kann natürlich eine Strategie temporär verfolgen, zeitweise verfolgen. Aber ich muss mir stets darüber im Klaren sein, dass es irgendwann dann keine Strategie, kein Plan, kein Ziel in dieser Art von Orientierung sein darf. Erst das ermöglicht Verhandlungen. Tatsächlich funktionierende Verhandlungen. Ist das nicht der Fall, ist Verhandlungen dann ab diesem Punkt, wo es nur noch Strategie ist und man das durchschaut, obsolet. Und man muss das dann auch dem Verhandlungspartner sagen. Strategie bedeutet zu antizipieren, also vorauszusehen, vorauszuschätzen, wie gesagt, vorauszuplanen bis hin zum absoluten Durchschauen inklusive jeder Taktik, die man damit auch fährt. Das heißt, es muss ein Maß an überraschendem, ich betone überraschendem, immer bestehen. Also eine Offenheit, eine Möglichkeit in jeglicher augenblicklichen Situation etwas erstaunlich Neues in dieser Begegnung von Verhandlungen entstehen zu lassen. Ist das nicht der Fall, brauche ich nicht zu verhandeln und kann es meinem Gegenüber auch gleich sagen und das betonen und mich dann zurückziehen, weg aus der Verhandlung gehen, wenn das nicht der Fall ist. Also diese Bereitschaft, etwas erstaunlich Neues plötzlich auch zuzulassen, ist ein wichtiger Kern jeglicher Verhandlung. Also Offenheit und echtes, damit zusammenhängendes Mitgefühl, also dadurch Einfühlungsvermögen und all das. Also dieses Gebaren, dass die Dinge immer wieder zusammenkommen wollen, das ist ja nichts weiter als Mitgefühl. Dass wir in einem Zusammenhang sind, dass wir verbunden sind, seelisch, geistig, göttlich, egal wie, ist sehr wichtig dabei. Tue ich das nicht und habe nur eine einseitige intellektuelle und rationale Strategie des eigenen Vorteils, Willens, dann ist das überflüssig und muss man nicht verhandeln. Ist das, wie gesagt, nicht der Fall, sind Verhandlungen sinnlos. Und die sollte man dann auch nicht weiter betreiben, das ist wichtig, sondern die anderen Möglichkeiten dann tatsächlich wieder einsetzen, bis wieder vielleicht Verhandlungsbereitschaft entsteht und die Menschheitsgeschichte ist voll von diesen Dingen. Also wir haben immer wieder Kriege erlebt und Auseinandersetzungen, glattante Auseinandersetzungen, bis man irgendwann mal zur Verhandlungsbereitschaft gekommen ist. Aus dieser Einsicht, wir sind alle, wir sitzen alle in einem Boot, wir sind alle Menschen, wir sind alle irgendwo verbunden, Gott weiß was. Also der, der seinen Vorteilsplan verfolgt, ist unbedingt zu durchschauen und auch schnell zu durchschauen, das ist eben dann auch schnell und deutlich zu kommunizieren. Es muss praktisch, das können wir zum Abschluss sagen, für Partner, für Verhandlungspartner immer Neuland entstehen, immer Neubereitschaft entstehen. Immer etwas Neuerkennen, etwas Neuerkennen, etwas Neuerkennen, etwas Neues durchgehend da sein. Und das ist ja die Natürlichkeit aller Dinge, alles verändert sich stets. Und die Überraschung der Begegnung, ich habe gestern darüber ein Audio gemacht, ist ja das Erstaunliche, dass etwas überraschend einsetzt, von dem ich nie geglaubt hätte, nie geplant hätte, nie antizipiert hätte, dass es sein könnte. Das ist sehr interessant. Also das Loslösen vom eigenen, das ist es ja dann letztendlich. Diese Möglichkeit, diese Bereitschaft, wirklich etwas geben zu können. Wirklich sich von dem nur eigenen zu lösen und darauf nicht mehr zu bestehen. Mit wem kann man verhandeln und mit wem nicht? Was sind die Voraussetzungen dafür?